Lektion 1 Winterwunderland – Die Magie des Schnees genießen Hallo Anna! Habe ich dir schon mal gesagt, wie sehr ich Winter und Schnee liebe? Hallo! Nein, du hast es noch nie erwähnt. Aber ich kann die Faszination verstehen. Schnee kann ziemlich magisch sein. Unbedingt! Die Art und Weise, wie es alles mit Weiß bedeckt, schafft eine ruhige und bezaubernde Landschaft. Es ist wie die eigene Kunst der Natur. Der Winter hat seinen einzigartigen Reiz und der Schnee verleiht ihm einen Hauch von Staunen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Schneeflocken sind wie filigrane Meisterwerke. Jedes ist anders als das andere. Es ist faszinierend, wie etwas so kleines und kompliziertes atemberaubende Landschaften schaffen kann. In der Tat! Und die Freude, Schneemänner zu bauen, Schneeballschlachten zu veranstalten und Schneeengel herzustellen, ist unübertroffen. Es ist purer Spaß und eine Chance, unser inneres Kind zu entfesseln. Schnee bringt die Verspieltheit in jedem zum Vorschein. Absolut! Und vergessen wir nicht den Nervenkitzel beim Skifahren und Snowboarden auf Pulverschnee hängen. Wintersport ist aufregend und bietet einen einzigartigen Adrenalinschub. Es ist ein Abenteuer in den schneebedeckten Bergen. Und es ist pure Glückseligkeit, es sich an einem verschneiten Abend mit einer warmen Tasse heißer Schokolade am Kamin gemütlich zu machen. Es ist die perfekte Art, sich zu entspannen und das gemütliche Ambiente zu genießen, das der Winter mit sich bringt. Exakt! Der Winter bietet auch Möglichkeiten zum Eislaufen und Genießen der schimmernden, gefrorenen Seen. Auf Eis zu gleiten ist ein anmutiges und berauschendes Erlebnis. Das glitzernde Eis bildet eine faszinierende Kulisse. Der Winter bietet wirklich eine Vielzahl von Aktivitäten und Erlebnissen, die jeder genießen kann. Absolut! Es ist eine Jahreszeit, die uns einlädt, die Schönheit der Natur zu schätzen und die Freude, die sie mit sich bringt, zu genießen. Ich freue mich, dass wir die gleiche Liebe für Winter und Schnee teilen. Es ist eine Jahreszeit, die mich immer wieder in ihren Bann zieht. Ebenso! Der Winter hat die Art, uns zu verzaubern und uns unvergessliche Erinnerungen zu hinterlassen. Lassen Sie uns die Magie des Schnees genießen und das Beste aus dieser wunderbaren Jahreszeit machen. Lektion 2 Verbesserungspotenzial Umgang mit Größenproblemen Hallo Anna, ich habe gehört, dass es ein paar Beschwerden darüber gab, dass das Zimmer klein ist, aber nichts Großes. Hallo! Das ist interessant. Die Zimmergröße kann manchmal ein Problem für Gäste sein. Haben Sie konkretes Feedback gegeben? Einige erwähnten, dass sich der Raum etwas eng anfühlte, besonders wenn man mit größerem Gepäck reist. Das kann ich verstehen. Es ist wichtig, den Komfort und die Bequemlichkeit der Gäste zu berücksichtigen, insbesondere wenn es um die Aufbewahrung geht. Absolut. Es ist wichtig, den Gästen ausreichend Platz zu bieten, um sich zu bewegen und ihre Sachen aufzubewahren. Haben die Gäste irgendwelche Lösungen oder Alternativen vorgeschlagen, um das Größenproblem auszuräumen? Ja, einige Gäste empfahlen, das Layout zu optimieren, indem sie die Möbel neu anordnen, um ein geräumigeres Ambiente zu schaffen. Das ist ein praktischer Vorschlag. Das Umstellen von Möbeln kann die Raumwahrnehmung erheblich verändern. Einverstanden. Eine weitere erwähnte Idee war die Integration multifunktionaler Möbel, die mehreren Zwecken dienen. Das ist ein kluger Ansatz. Multifunktionale Möbel können die Raumnutzung maximieren, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Einige Gäste schlugen auch vor, Spiegel strategisch einzusetzen, um die Illusion eines größeren Raums zu erzeugen. Spiegel können in der Tat eine optische Täuschung erzeugen und einen Raum offener und weitläufiger erscheinen lassen. Es scheint, als ob es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Bedenken hinsichtlich der Zimmergröße auszuräumen und das allgemeine Gästeerlebnis zu verbessern. Absolut. Es ist wichtig, das Feedback der Gäste ernst zu nehmen und kontinuierlich nach Verbesserungen zu streben. Die Bereitstellung komfortabler und geräumiger Unterkünfte gewährleistet die Zufriedenheit der Gäste und positive Bewertungen. Und positive Bewertungen tragen letztendlich zum Ruf und Erfolg des Unternehmens bei. Genau. Indem wir diese Vorschläge berücksichtigen, können wir die notwendigen Verbesserungen vornehmen. Kontinuierliche Verbesserung ist der Schlüssel, um die Erwartungen der Gäste zu erfüllen und einen unvergesslichen Aufenthalt zu gestalten. Ich freue mich, dass wir proaktiv auf die Anliegen der Gäste eingehen und nach Spitzenleistungen streben. Dies ist ein Beweis für unser Engagement, unseren Gästen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. In der Tat. Lassen Sie uns diese Vorschläge umsetzen und sicherstellen, dass sich unsere Gäste wohl und zufrieden fühlen. Lektion 3. Unternehmerische Träume – Aufbau eines zukünftigen Unternehmens Hallo Anna. Auf jeden Fall. Planen Sie, nach Ihrem Studium ein eigenes Unternehmen zu gründen? Hallo. Ja, das ging mir in letzter Zeit durch den Kopf. Ich hatte schon immer Unternehmergeist. Das ist aufregend. Wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen gründen, können Sie Ihren Leidenschaften nachgehen und etwas Einzigartiges schaffen. Absolut. Es ist eine Chance, meine Ideen in die Realität umzusetzen und eine bedeutende Wirkung zu erzielen. Haben Sie darüber nachgedacht, welche Art von Unternehmen Sie gründen möchten? Ja, ich tendiere dazu, eine umweltfreundliche und nachhaltige Modemarke zu gründen. Das ist fantastisch. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Produkten ist dies eine hervorragende Nische, die es zu erkunden gilt. Ich glaube, es ist wichtig, das Umweltbewusstsein zu fördern und stilvolle und umweltfreundliche Alternativen anzubieten. Definitiv. Ethische und nachhaltige Mode entspricht den Werten bewusster Verbraucher. Exakt. Ich möchte eine Marke gründen, die nicht nur nachhaltige Kleidung anbietet, sondern die Verbraucher auch über ihre Entscheidungen informiert. Das ist ein großartiger Ansatz. Die Sensibilisierung und die Förderung eines verantwortungsvollen Konsums sind von entscheidender Bedeutung. Ich plane auch, mit lokalen Handwerkern zusammenzuarbeiten und faire Handelspraktiken zu fördern. Die Unterstützung lokaler Gemeinschaften und Handwerker verleiht Ihrer Marke eine einzigartige und authentische Note. Es ist mir wichtig, eine positive soziale Wirkung zu erzielen und gleichzeitig ein erfolgreiches Unternehmen zu führen. Haben Sie über bestimmte Strategien nachgedacht, um Ihr Unternehmen zu gründen und auszubauen? Ja, ich recherchiere E-Commerce-Plattformen und plane, eine Online-Präsenz aufzubauen, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Das ist ein kluger Schachzug. E-Commerce bietet eine globale Reichweite und ermöglicht es Ihnen, mit Kunden auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Ich möchte auch Social-Media-Marketing nutzen, um die Markenbekanntheit zu steigern und mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Soziale Medien sind ein leistungsstarkes Instrument, um eine starke Markenpräsenz aufzubauen und sich mit ihrer Zielgruppe zu verbinden. Ich freue mich über die Möglichkeiten und Herausforderungen, die mit der Gründung meines eigenen Unternehmens einhergehen. Es ist eine Reise voller Lernen und Wachstum. Ich habe keinen Zweifel, dass Sie mit Ihrer Entschlossenheit und Leidenschaft Erfolg haben werden. Danke für deine Unterstützung. Ich freue mich darauf, mich auf dieses unternehmerische Abenteuer einzulassen. Du bist willkommen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Aufbau Ihres Traumgeschäfts und bei der positiven Wirkung. Lektion 4 Kulturelle Köstlichkeiten – Erkundung des reichen Erbes Hallo Anna! Wow! Das sind drei Länder mit einem reichen kulturellen Erbe. Was war dein Favorit? Hallo! Es ist schwer sich zu entscheiden, aber wenn ich wählen müsste, würde ich Indien sagen. Die lebendige Vielfalt und die Traditionen haben mich fasziniert. Indien ist in der Tat eine Fundgrube an Kultur. Welche Aspekte haben ihre Aufmerksamkeit besonders erregt? Die komplizierten Kunstformen wie Henna-Designs und die schöne traditionelle Kleidung wie Saris hinterließen einen bleibenden Eindruck. Die Kunst- und Handwerkskunst in Indien sind wirklich bemerkenswert. Hatten Sie die Gelegenheit, lokale Köstlichkeiten zu probieren? Ja, ich habe mir schmackhafte Gerichte wie Butterhuhn und Biryani gegönnt, die absolut köstlich waren. Die indische Küche ist bekannt für ihre reichen Aromen und aromatischen Gewürze. Es ist ein Genuss für die Geschmacksknospen. Unbedingt! Die Gewürzmischung und die Verwendung frischer Zutaten machen indisches Essen wirklich außergewöhnlich. Wenn Sie in ein anderes Land ziehen, was ist mit Griechenland? Hat Sie das kulturelle Erbe in irgendeiner Weise fasziniert? Griechenland war mit seinen antiken Ruinen und seiner ikonischen Architektur, wie dem Parthenon in Athen, eine Augenweide. Die historische Bedeutung und die architektonischen Wunder Griechenlands sind beeindruckend. Hast du irgendeine griechische Mythologie erforscht? Ja, ich war fasziniert von den Geschichten von Göttern und Göttinnen wie Zeus und Athena und ihrem Einfluss auf die griechische Kultur. Die griechische Mythologie ist ein faszinierendes Thema, das Einblicke in ihre Überzeugungen und Werte bietet. Es ist, als würde man in eine mythische Welt eintauchen. Absolut! Es verleiht ihrem kulturellen Erbe Tiefe und Zauber. Lassen Sie uns abschließend über Japan sprechen. Was hat sie an seinem reichen kulturellen Erbe am meisten fasziniert? Japans Liebe zum Detail und die Betonung von Traditionen haben mich erstaunt. Die T-Zeremonien und die Kunst des Origames waren faszinierend. Die Präzision und Eleganz japanischer Traditionen sind wirklich bemerkenswert. Haben Sie irgendwelche traditionellen Feste erlebt? Ja, ich hatte das Glück, das lebhafte Fest der Kirschblüten während Hanami mitzuerleben. Es war ein visuelles Spektakel. Kirschblüten sind in der japanischen Kultur eine Ikone und symbolisieren die Schönheit und Flüchtigkeit des Lebens. Es muss ein atemberaubender Anblick gewesen sein. Es war in der Tat ein unvergessliches Erlebnis. Jedes Land hatte etwas Einzigartiges zu bieten, und ich habe jeden Moment genossen. Die Erkundung verschiedener kultureller Erben ermöglicht es uns, die Schönheit und Vielfalt unserer Welt zu schätzen. Absolut! Es erweitert unseren Horizont und vertieft unser Verständnis der Menschheit. Ich freue mich, dass Sie die Gelegenheit hatten, in so reiche kulturelle Erlebnisse einzutauchen. Es war wirklich bereichernd. Ich kann es kaum erwarten, in Zukunft weitere Abenteuer und Entdeckungen zu erleben. Möge Ihre Reise weiterhin voller beeindruckender kultureller Begegnungen sein. Lektion 5 Partyplanung Lass uns Spaß haben Hallo Anna! Partys zu organisieren kann eine Herausforderung sein, aber auch viel Spaß machen. Ich denke darüber nach, nächsten Monat eine zu veranstalten. Ich denke darüber nach, mit ein paar Freunden und der Familie im Hinterhof zu grillen. Ein ungezwungenes und entspanntes Zusammensein. Das ist eine tolle Idee. Grillen macht immer Spaß, besonders bei schönem Wetter. Es ist eine perfekte Gelegenheit, leckeres Essen zu genießen, Spiele zu spielen und bedeutungsvolle Gespräche zu führen. Hast du über das Menü nachgedacht? Gibt es bestimmte Gerichte, die Sie hinzufügen möchten? Ich habe vor, Burger, Hot Dogs und mariniertes Hühnchen zu grillen. Und natürlich dürfen wir die Beilagen wie Kartoffelsalat und Krautsalat nicht vergessen. Lecker! Das klingt köstlich. Vergessen Sie nicht, vegetarische Optionen für diejenigen anzubieten, die kein Fleisch essen. Du hast recht. Ich werde dafür sorgen, dass ich auch gegrillte Gemüsespieße und ein paar leckere Gemüseburger habe. Was ist mit Getränken? Planen Sie einen Signature-Cocktail oder spezielle Getränke? Ich dachte darüber nach, eine Getränkestation mit einer Vielzahl von Optionen einzurichten, darunter erfrischende Mocktails und eine Auswahl an Bieren und Weinen. Das ist eine tolle Idee. Es ermöglicht den Gästen, ihre bevorzugten Getränke auszuwählen und sorgt dafür, dass alle hydratisiert und glücklich sind. Ich möchte auch mit einigen Spielen und Aktivitäten eine unterhaltsame Atmosphäre schaffen. Irgendwelche Vorschläge? Wie wäre es mit der Einrichtung eines Kornhole- oder Badminton-Bereichs? Es ist eine großartige Möglichkeit, alle zu unterhalten und aktiv zu halten. Exzellenter Vorschlag! Ich werde dafür sorgen, dass diese Spiele und vielleicht sogar ein Freundschaftswettkampf organisiert werden. Eine andere Idee ist, eine personalisierte Playlist mit allen Lieblingssongs zu erstellen. Musik bestimmt die Stimmung und trägt zum allgemeinen Genuss bei. Das ist eine fantastische Idee. Ich werde die Gäste bitten, vorher ihre Lieblingslieder zu teilen, damit wir eine abwechslungsreiche und lebendige Playlist erstellen können. Vergessen Sie nicht, den Hinterhof zu dekorieren, um ein festliches Ambiente zu schaffen. Einige Lichterketten und bunte Luftballons können einen großen Unterschied machen. Absolut! Die richtige Dekoration kann den Raum verändern und dafür sorgen, dass er sich festlich und einladend anfühlt. Es klingt, als würde deine Party ein Hit werden. Ich bin mir sicher, dass jeder eine wundervolle Zeit haben wird. Ich danke dir! Ich freue mich darauf, ein unvergessliches Treffen zu veranstalten und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Lektion 6 Bucket List Adventures Lass uns groß träumen! Hallo Anna! Ich habe in letzter Zeit über spannende Abenteuer nachgedacht. Hast du irgendwelche Empfehlungen für meine Bucket List? Hallo! Das ist eine tolle Idee! Wie wäre es, die atemberaubenden Landschaften Neuseelands zu erkunden? Es ist ein Paradies für Naturliebhaber! Neuseeland klingt unglaublich! Welche spezifischen Orte oder Aktivitäten würdest du vorschlagen? Sie sollten unbedingt Milford Sound besuchen! Es ist ein atemberaubender Fjord mit hoch aufragenden Klippen und kaskadierenden Wasserfällen. Milford Sound klingt nach einem Muss. Ich füge es meiner Bucket List hinzu. Irgendwelche anderen Vorschläge? Ein weiteres unglaubliches Reiseziel ist das Gret Barrier Reef in Australien. Schnorcheln oder Tauchen ist dort ein einmaliges Erlebnis. Das Gret Barrier Reef ist ein Naturwunder. Es wäre unvergesslich, die lebendigen Korallenriffe und das Meeresleben zu erkunden. Wenn Sie Lust auf Abenteuer haben, sollten Sie erwägen, den Inkatreel nach Machu Pichu in Peru zu wandern. Die antiken Ruinen sind beeindruckend. Das Wandern auf dem Inkatreel war schon immer auf meinem Radar. Es wäre eine unglaubliche Reise mit historischer und kultureller Bedeutung. Wie wäre es für ein einzigartiges Erlebnis, die Nordlichter in Island zu erleben? Es ist ein faszinierendes Farbenspiel am Nachthimmel. Die Nordlichter haben mich schon immer fasziniert. Islands raue Landschaften wären die perfekte Kulisse für ein solches Spektakel. Rom ist bekannt für seine reiche Geschichte und ikonische Wahrzeichen wie das Kolosseum und den Vatikan. Es ist eine Stadt voller kultureller Schätze. Absolut. Und vergessen Sie nicht, sich während Ihres Aufenthalts mit authentischer italienischer Küche verwöhnen zu lassen. Das Essen ist einfach göttlich. Italienisches Essen ist weltweit bekannt. Ich kann es kaum erwarten, in den Straßen Roms köstliche Pasta, Pizza und Eis zu genießen. Schließlich sollten Sie erwägen, die ruhigen Landschaften von Bali in Indonesien zu besuchen. Die üppig grünen Reisterrassen und die wunderschönen Tempel sind faszinierend. Balis' natürliche Schönheit und spirituelle Atmosphäre machen es zu einem perfekten Ziel für Entspannung und Verjüngung. Es freut mich, dass dir die Vorschläge gefallen haben. Deine Bucketlist wird voller unglaublicher Abenteuer sein. Ich danke dir. Ich freue mich darauf, mich auf diese traumhaften Reisen zu begeben und lebenslange Erinnerungen zu schaffen. Lektion 7 Reisetipps Lass dich auf das Abenteuer ein. Hallo Anna, ich liebe es zu reisen und neue Orte zu erkunden. Hast du irgendwelche Tipps, um das Beste aus unseren Abenteuern zu machen? Hallo! Absolut! Ein wichtiger Tipp ist, sich überall an die lokale Kultur anzupassen. Es hilft uns, mit den Einheimischen in Kontakt zu treten und eine reichhaltigere Erfahrung zu machen. Ich stimme zu. Das Erlernen einiger grundlegender Sätze in der Landessprache kann viel dazu beitragen, zu kommunizieren und Respekt zu zeigen. Definitiv! Es ist auch wichtig, aufgeschlossen zu sein und die verschiedenen Bräuche und Traditionen anzunehmen, denen wir auf unseren Reisen begegnen. Aufgeschlossen zu sein, ermöglicht es uns, die Einzigartigkeit jedes Reiseziels zu schätzen und aus verschiedenen Perspektiven zu lernen. Ein weiterer Tipp ist, eine flexible Reiseroute zu erstellen. Es ist toll, einen Plan zu haben, aber Raum für Spontanität zu lassen, kann zu unerwarteten und unvergesslichen Erlebnissen führen. Das ist ein gutes Argument. Manchmal passieren die besten Momente, wenn wir vom Plan abweichen und auf versteckte Juwelen stoßen. Absolut! Und vergessen Sie nicht, die lokale Küche zu erforschen und traditionelle Gerichte zu probieren. Essen ist ein köstliches Tor zum Verständnis einer Kultur. Das Ausprobieren neuer Lebensmittel ist einer meiner Lieblingsteile beim Reisen. Es ist, als würde man sich mit jedem Bissen auf ein kulinarisches Abenteuer einlassen. Schießlich ist es wichtig, leicht zu packen und auf unterschiedliche Wetterbedingungen vorbereitet zu sein. Vielseitige Kleidung und wichtige Dinge erleichtern die Reise. Leichtes Packen macht das Reisen definitiv bequemer. Es ermöglicht uns, uns frei zu bewegen und unnötige Gepäckgebühren zu vermeiden. Außerdem lässt es Platz für Souvenirs und Schätze, die wir unterwegs finden könnten. Es ist immer schön, ein Stück der Orte, die wir besuchen, zurückzubringen. Absolut! Das Befolgen dieser Tipps hilft uns, das Beste aus unseren Reisen herauszuholen und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Ich freue mich, dass du die Tipps hilfreich fandest. Die Welt zu erkunden ist ein unglaubliches Abenteuer und ich wünsche Ihnen tolle Reisen. Ich danke dir! Ihre Erkenntnisse sind wertvoll und ich kann es kaum erwarten, sie in die Praxis umzusetzen. Auf viele unvergessliche Abenteuer! Lektion 8. An Diskussionen teilnehmen Hallo Anna! Ist dir aufgefallen, dass seit der Einführung dieser Software mehr Menschen aktiv an Gesprächen teilnehmen? Hallo John! Absolut! Das habe ich auch beobachtet. Die Software hat in der Tat zu mehr Engagement und Interaktion geführt. Es ist faszinierend, wie Technologie unsere Kommunikationsgewohnheiten prägen und Diskussionen zugänglicher machen kann. Ich stimme zu. Es ist toll zu sehen, wie Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenkommen, um ihre Gedanken und Ideen auszutauschen. Es eröffnet definitiv neue Möglichkeiten zum Lernen und zum Austausch von Perspektiven. Absolut! Es ermutigt uns, unseren Horizont zu erweitern und verschiedene Sichtweisen in Betracht zu ziehen. Es ist interessant, wie diese Software es den Menschen erleichtert hat, Kontakte zu knüpfen und sinnvolle Gespräche zu führen. Ja, es hat einen virtuellen Raum geschaffen, in dem sich Einzelpersonen ausdrücken und zu verschiedenen Themen beitragen können. Mir ist aufgefallen, dass sich die Menschen wohler fühlen, wenn sie ihre Meinung äußern, da sie die Möglichkeit haben, anonym zu bleiben. Das ist wahr. Anonymität kann helfen, Barrieren zu überwinden und ehrliche und offene Diskussionen zu fördern. Es ist jedoch wichtig, ein respektvolles und integratives Umfeld aufrecht zu erhalten, um gesunde Gespräche zu gewährleisten. Definitiv! Ein respektvoller Dialog ermöglicht konstruktive Debatten und fördert eine positive Lernerfahrung. Mir ist auch aufgefallen, dass diese Software Kreativität und Zusammenarbeit unter ihren Benutzern geweckt hat. Das ist wunderbar zu hören. Die Zusammenarbeit führt zum Gedankenaustausch und zur Entwicklung innovativer Lösungen. Absolut! Es ist erstaunlich, wie Technologie Menschen zusammenbringen und ein Gemeinschaftsgefühl schaffen kann. In der Tat hat Technologie die Macht, Entfernungen zu überbrücken und Menschen aus der ganzen Welt miteinander zu verbinden. Es ist aufregend zu sehen, welche positiven Auswirkungen diese Software auf Kommunikation und Lernen hatte. Absolut! Es ist ein Beweis für das Potenzial der Technologie zur Verbesserung unserer Interaktion. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, die es uns geboten hat, an diesem bedeutsamen Gespräch teilzunehmen. Ebenso! Es war mir eine Freude, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen. Lassen Sie uns in unseren Diskussionen weiterhin die Vorteile der Technologie berücksichtigen. Definitiv! Auf ansprechendere Gespräche und kontinuierliches Lernen. Lektion 9 – Alltägliche Besorgungen Hallo Anna! Alles ist perfekt. Wir sehen uns gleich. Vergiss deine Einkaufsliste nicht! Hallo John! Danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich werde dafür sorgen, dass ich es mitbringe. Großartig! Übrigens, haben Sie schon einmal versucht, auf dem lokalen Markt einzukaufen? Es ist ein einzigartiges Erlebnis. Ja, ich liebe es, die lokale Märkte zu erkunden. Sie bieten frische Produkte und einzigartige Artikel, die Sie anderswo nicht finden werden. Unbedingt! Es ist eine großartige Möglichkeit, in die lokale Kultur einzutauchen und lokale Unternehmen zu unterstützen. Ich stimme zu! Außerdem können Sie Falschen und Preise aushandeln, was das Einkaufen noch aufregender macht. Das ist wahr! Es ist eine Fähigkeit, die es wert ist, geübt zu werden, und Sie können damit auch etwas Geld sparen. Definitiv! Es ist wichtig, vorbereitet und organisiert zu sein, wenn Sie einkaufen gehen. Deshalb ist die Einkaufsliste unerlässlich. Es hilft Ihnen, konzentriert zu bleiben und stellt sicher, dass Sie nichts vergessen, was Sie brauchen. Es spart auch Zeit. Absolut! Und es ist immer eine gute Idee, Ihre Speisekammer und Ihren Kühlschrank zu überprüfen, bevor Sie die Liste erstellen. Auf diese Weise vermeiden Sie den Kauf von Duplikaten und erhalten nur das, was Sie wirklich benötigen. Das ist ein kluger Ansatz. Ja, wenn Sie darauf achten, was Sie bereits haben, können Sie Verschwendung minimieren und Ihre Einkäufe effizienter gestalten. Ein weiterer Tipp ist, eine flexible Reiseroute für Ihren Einkaufsbummel zu erstellen. Auf diese Weise können Sie mehrere Geschäfte effizient abdecken. Das ist ein toller Vorschlag. Wenn Sie Ihre Route planen und Gegenstände nach Standort kopieren, können Sie Zeit und Energie sparen. Exakt! Und vergiss nicht, deine wiederverwendbaren Beutel mitzubringen, um Plastikmüll zu reduzieren. Es ist eine umweltfreundliche Wahl. Absolut! Es ist ein kleiner Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und positive Auswirkungen auf die Umwelt. Nun, ich sollte jetzt gehen. Denken Sie daran, Ihre Einkäufe zu genießen und viel Spaß beim Erkunden des Marktes zu haben. Lektion 10 – Versteckte Vorteile Hallo Anna, das werde ich im Hinterkopf behalten. Haben Sie weitere Vorteile bemerkt? Hallo John! Ja, es gibt tatsächlich mehrere andere Vorteile, die ich erlebt habe. Das ist interessant. Könnten Sie einige Beispiele nennen? Natürlich! Ein Vorteil ist, dass das Lernen von Englisch eine Welt voller Reisemöglichkeiten eröffnet. Unbedingt! Englisch ist weit verbreitet und erleichtert daher die Kommunikation bei der Erkundung neuer Orte. Es hilft Ihnen, mit Einheimischen in Kontakt zu treten, den Transport zu steuern und ein noch intensiveres Reiseerlebnis zu genießen. Das ist ein großer Vorteil. Welche anderen Vorteile haben Sie entdeckt? Nun, Englisch lernen verbessert auch Ihre Karriereaussichten. Das ist wahr. In der heutigen globalierten Welt setzen viele Unternehmen Englischkenntnisse voraus. Ja, es eröffnet Beschäftigungsmöglichkeiten und erhöht Ihre Marktfähigkeit in verschiedenen Branchen. Definitiv eine wertvolle Fähigkeit. Gibt es irgendwelche persönlichen Vorteile, die Sie bemerkt haben? Absolut! Das ist faszinierend. Das ist, als würde man sein Gehirn trainieren und gleichzeitig eine neue Sprache lernen. Exakt! Es hält Ihren Geist scharf und steigert Ihre allgemeine kognitive Funktion. Ich verstehe, warum es so vorteilhaft ist, Englisch zu lernen. Gibt es auch soziale Vorteile? Definitiv! Wenn Sie Englisch sprechen, können Sie mit Menschen aus verschiedenen Kulturen in Kontakt treten und neue Freunde finden. Das ist wunderbar. Das bringt Menschen näher zusammen und fördert das kulturelle Verständnis. Ja, es ist ein Tor, um sinnvolle Beziehungen aufzubauen und Ihren sozialen Kreis zu erweitern. Ich bin wirklich motiviert, weiter Englisch zu lernen. Es ist klar, dass die Vorteile weitreichend sind. Unbedingt! Also mach weiter und nimm die Reise des Sprachenlernens an. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Ich freue mich darauf, alle versteckten Vorteile des Englischlernens zu erkunden. Lektion 11 – Kulinarische Kreativität Hallo Anna! Ich habe in letzter Zeit mit Kochen experimentiert. Es macht so viel Spaß! Hallo John! Das klingt interessant. Was hast du gekocht? Nun, ich habe versucht, gefüllte Paprika zuzubereiten. Sie sehen bunt und köstlich aus. Oh, ich liebe gefüllte Paprika. Womit hast du sie vollgestopft? Ich habe eine Mischung aus Reis, Hackfleisch und etwas gewürfeltem Gemüse verwendet. Es ist großartig geworden. Das klingt lecker. Hast du irgendeine Sausse verwendet, um den Geschmack zu verbessern? Ja, habe ich. Ich habe eine Tomatensauce mit einem Hauch von Knoblauch und Kräutern verwendet. Gute Wahl! Ich finde, Paprika passt sehr gut zu würzigen Sausen. Unbedingt! Der Säuregehalt der Sausse ergänzt die Süße der Paprika. Hast du noch andere Sausen mit Paprika probiert? Ja, ich habe auch einmal mit einer cremigen Käsesause experimentiert. Es fügte einen reichen und köstlichen Geschmack hinzu. Oh, das klingt köstlich. Das muss ich beim nächsten Mal versuchen. Hast du einen bestimmten Käse verwendet? Ich habe eine Kombination aus Cheddar und Mozzarella verwendet. Der geschmolzene Käse erzeugte eine herrlich klebrige Textur. Lecker! Ich kann mir vorstellen, wie cremig und sättigend es schmecken muss. Es war in der Tat ein Genuss. Ich glaube, das Experimentieren mit verschiedenen Sausen kann den Geschmack von Paprika verbessern. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, wie eine einfache Sausse ein Gericht in etwas Außergewöhnliches verwandeln kann. Unbedingt! Es geht darum, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken und herauszufinden, was für ihren Geschmack am besten geeignet ist. Das ist das Schöne am Kochen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einzigartige und köstliche Gerichte zu kreieren. Du hast absolut recht. Kochen ermöglicht es uns, unserer kulinarischen Kreativität freien Lauf zu lassen und den Prozess zu genießen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns immer wieder neue Geschmacksrichtungen entdecken und mit unserer Küche experimentieren. Definitiv! Auf unsere köstlichen kulinarischen Abenteuer! Lektion 12 – Tipps zum Einkaufen Hallo, Anna! Ich habe ein tolles Rezept online gefunden. Es werden einige Zutaten benötigt. Hallo, John! Das klingt interessant. Was brauchen wir? Wir brauchen Milch, Eier und Käse. Okay, gehen wir zuerst zur Molkerei-Abteilung, um Milch zu holen. Klar, sollten wir Vollmilch oder Magermilch nehmen. Nun, Vollmilch ist geschmacksreicher, aber Magermilch ist gesünder. Was bevorzugst du? Ich denke, Magermilch ist in Ordnung. Lass uns damit weitermachen. In Ordnung. Jetzt suchen wir die Eier. Erinnerst du dich, wo sie sich befinden? Ja, sie sollten sich im Kühlbereich befinden. Lass uns dort nachsehen. Toll, wir haben die Eier gefunden. Lass uns jetzt nach dem Käse suchen. Sollen wir Cheddar oder Mozzarella nehmen? Beides ist eine gute Wahl, aber Cheddar schmilzt besser. Lass uns damit weitermachen. Hört sich gut an. Brauchen wir noch etwas für das Rezept? Wir brauchen auch etwas Gemüse wie Tomaten und Zwiebeln. Okay, gehen wir für diese in die Produktabteilung. Schau, da drüben sind frische Tomaten. Lass uns welche auswählen. Wie steht's mit den Zwiebeln? Sie sollten sich in derselben Gegend befinden. Schauen wir uns die Regale in der Nähe an. Ich hab sie gefunden. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Ja, das tun wir. Gehen wir zur Kasse. In Ordnung. Lass uns gehen. Lektion 13, Kaffeegespräch Hallo, Anna. Was führt dich her? Hallo. Ich hole mir gerade meinen Morgenkaffee. Wie steht's mit dir? Mir geht es auch gut. Kaffee hilft mir immer, den Tag zu beginnen. Unbedingt. Was ist deine Lieblingskaffeesorte? Ich bin ein Fan von Lattice. Wie steht's mit dir? Ich genieße einen guten Cappuccino. Die schaumige Milch macht es zu etwas Besonderem. Ich stimme zu. Die Textur trägt zum Erlebnis bei. Nimmst du Zucker oder Sahne? Normalerweise bevorzuge ich meinen Kaffee schwarz, ohne jegliche Zusätze. Was ist mit dir? Ich mag einen Hauch Zucker und einen Spritzer Milch. Es gleicht die Bitterkeit aus. Das ist eine nette Kombination. Also, kommst du oft her? Ja, dieses Café liegt in der Nähe meines Arbeitsplatzes. Also ist es praktisch. Ja, was ist mit dir? Ich erkunde gerne verschiedene Kaffeeshops, aber dieser ist einer meiner Favoriten. Es ist toll, eine Anlaufstelle zu haben. Machst du jemals Kaffee zu Hause? Ja, ich habe eine Kaffeemaschine. Es ist auch schön, zu Hause eine gemütliche Tasse zu haben. Ich stimme zu. Manchmal ist eine selbstgemachte Tasse Kaffee genau das, was ich brauche. Exakt. Es ist ein beruhigendes Ritual. Nun, ich sollte jetzt gehen. Genieß deinen Tag. Danke. Du auch. Passt auf euch auf. Lektion 14 Intelligente Budgetierung Hallo Anna. Hast du jemals über Budgetierung nachgedacht? Hallo. Ja, ich versuche, meine Bedürfnisse vor Wünschen zu priorisieren. Es hilft mir, Geld zu sparen. Das ist ein kluger Ansatz. Wie legen Sie Ihr Budget fest? Ich berechne mein monatliches Einkommen und weise bestimmte Beträge für Ausgaben zu. Haben Sie Tipps zur Einhaltung eines Budgets? Ein Tipp ist, Ihre Ausgaben zu verfolgen und impulsive Käufe zu vermeiden. Das macht Sinn. Es ist wichtig, auf unsere Ausgaben zu achten. Absolut. Es ist auch hilfreich, finanzielle Ziele für die Zukunft festzulegen. Welche Ziele setzt du dir selbst? Ich möchte jeden Monat einen bestimmten Prozentsatz meines Einkommens sparen und investieren. Investieren ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Geld zu vermehren. Haben Sie eine Anlageberatung? Es ist wichtig, gründlich zu recherchieren und Ihre Investitionen zu diversifizieren. Diversifikation reduziert das Risiko. Das ist eine gute Strategie, der man folgen sollte. Ja, es hilft, Ihre Finanzen zu schützen. Haben Sie irgendwelche Probleme bei der Budgetierung? Manchmal fällt es mir schwer, Versuchungen zu widerstehen und mein Budget einzuhalten. Es kann schwierig sein, aber es kann helfen, sich an Ihre Ziele zu erinnern. Das ist wahr. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke für den Rat. Du bist willkommen. Denken Sie daran, dass die Budgetierung ein kontinuierlicher Prozess ist. Das werde ich. Konzentrieren wir uns weiterhin auf unser finanzielles Wohlergehen. Lektion 15 Fitness und Gastlichkeit Hallo Anna. Hat dir dein Training heute Spaß gemacht? Hallo. Ja, ich hatte eine tolle Trainingseinheit im Fitnessstudio. Es gibt mir Energie. Das ist wunderbar. Bewegung ist wichtig für unser Wohlbefinden. Absolut. Es hilft, Stress abzubauen und hält uns gesund. Ich stimme zu. Übrigens, planst du bald irgendwelche Reisen? Ja, ich mache nächsten Monat Urlaub. Ich freue mich. Das klingt fantastisch. Wo wirst du wohnen? Ich habe ein Hotel gebucht. Ich hoffe, es ist ein komfortabler und angenehmer Aufenthalt. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Hotels bieten hervorragende Annehmlichkeiten und Dienstleistungen. Das ist wahr. Ich freue mich auf ein entspannendes Erlebnis. Haben Sie die Einrichtungen und Bewertungen des Hotels überprüft? Ja, ich habe meine Nachforschungen angestellt, bevor ich die Reservierung gemacht habe. Kluger Schachzug. Bewertungen können wertvolle Einblicke in den Ort geben. Definitiv. Es trägt zu einem angenehmen Aufenthalt ohne Überraschungen bei. Ich hoffe, das Hotel verfügt über ein Fitnessstudio oder ein Fitnesscenter, in dem Sie Ihr Training fortsetzen können. Das wäre perfekt. Ich werde sicherstellen, dass Ihre Ausstattung überprüft wird. Genieß deine Reise. Ich hoffe, du hast eine wundervolle Zeit. Hallo Anna. Hast du Lust auf einen Campingausflug an diesem Wochenende? Hallo. Das klingt aufregend. Ich bin bereit für ein Outdoor-Abenteuer. Großartig. Lass uns unsere Zelte, Schlafsäcke und Kuschutensilien packen. Perfekt. Wir brauchen Sie, um das Lager aufzubauen und Mahlzeiten zu kochen. Vergessen Sie nicht, auch eine Taschenlampe und ein Insektenschutzmittel mitzubringen. Guter Punkt. Wir sollten auf verschiedene Situationen vorbereitet sein. Absolut. Camping ermöglicht es uns, uns von der Technologie zu trennen und uns wieder mit der Natur zu verbinden. Ich stimme zu. Es ist eine großartige Gelegenheit, sich zu entspannen und die Wildnis zu genießen. Hast du dich für einen Campingplatz entschieden? Ich habe gehört, dass es in der Nähe wunderschöne Nationalparks gibt. Ja, ich habe recherchiert und einen malerischen Campingplatz an einem See gefunden. Das klingt nach einem malerischen Ort. Wir können auch wandern und angeln gehen. Ich freue mich darauf, die Trills zu erkunden und einige Outdoor-Aktivitäten auszuprobieren. Es wird ein unvergessliches Erlebnis. Die Natur hat so viel zu bieten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns die Ruhe und Schönheit der Natur genießen. Lektion 17 Selbstbewusstes Reden in der Öffentlichkeit Hallo Anna! Hast du jemals darüber nachgedacht, deine Redefähigkeiten zu verbessern? Hallo! Ja, daran möchte ich arbeiten. Irgendwelche Tipps? Regelmäßiges Üben ist der Schlüssel. Hast du darüber nachgedacht, Toastmasters beizutreten? Ich habe von Toastmasters gehört. Was genau machen Sie? Toastmasters ist ein Club, der Menschen hilft, ihre Kommunikations- und Führungsfähigkeiten durch Übung und konstruktives Feedback zu entwickeln. Das klingt nach einem unterstützenden Umfeld. Wie oft treffen Sie sich? Sie treffen sich in der Regel einmal pro Woche und bieten Gelegenheit, Reden zu halten und spontan zu sprechen. Es klingt nach einer großartigen Möglichkeit, Selbstvertrauen zu gewinnen und meine Sprechfähigkeiten zu verbessern. Absolut! Du erhältst auch wertvolles Feedback von anderen Toastmastern. Feedback ist entscheidend für Verbesserungen. Ich werde auf jeden Fall prüfen, ob ich mitmachen könnte. Das ist ein fantastischer Schritt. Öffentliches Reden ist in verschiedenen Lebensbereichen eine wertvolle Fähigkeit. Ich stimme zu. Es kann die Karriereaussichten verbessern und das Selbstbewusstsein stärken. Darüber hinaus kann das Lesen von Büchern über das Reden in der Öffentlichkeit wertvolle Einblicke und Techniken bieten. Das ist ein guter Vorschlag. Ich werde sicherstellen, dass ich einige empfohlene Bücher durchstöbere. Denken Sie daran, dass Übung und Ausdauer der Schlüssel sind, um ein selbstbewusster Redner zu werden. Danke für den Rat. Ich freue mich darauf, mich auf diese Reise zu begeben. Du bist willkommen. Ich glaube, du wirst dich beim Reden in der Öffentlichkeit auszeichnen. Viel Glück! Lektion 18 Einzelhandelstherapie Hallo Anna! Gehst du am Wochenende gerne einkaufen? Hallo! Ja, ich finde das Einkaufen sehr angenehm. Es ist wie eine Form der Therapie. Ich stimme zu. Im Allgemeinen kaufen viele Mädchen gerne neue Kleidung und Accessoires ein. Das ist wahr. Es ist eine Möglichkeit, persönlichen Stil auszudrücken und über Modetrends auf dem Laufenden zu bleiben. Haben Sie Lieblingsgeschäfte oder Einkaufsziele? Ich erkunde gerne verschiedene Boutiquen und Kaufhäuser in der Stadt. Es ist immer wieder aufregend, in kleineren Geschäften Unikate zu entdecken. Absolut! Manchmal stübere ich der Einfachheit halber auch gerne in Online-Shops. Online-Shopping bietet eine Vielzahl von Optionen und die Leichtigkeit, von zu Hause aus einzukaufen. Stimmt! Das persönliche Anprobieren von Kleidung hat jedoch auch seinen eigenen Reiz. Das sehe ich. In den Umkleideräumen kann man sehen, wie die Kleidung tatsächlich aussieht und sich anfühlt. Exakt! Außerdem kann das Einkaufen mit Freunden das Erlebnis unterhaltsamer und angenehmer machen. Es ist schön, beim Einkaufen die Meinung und Gesellschaft von jemandem zu haben. Definitiv! Wir können tolle Angebote finden und gemeinsam Erinnerungen sammeln. Nun, viel Spaß beim Einkaufen! Ich hoffe, Sie finden bei Ihrem nächsten Ausflug einige tolle Artikel. Lektion 19 – Kleidungsetikette Hallo Anna! Hast du dich schon einmal für einen Anlass unterkleidet gefühlt? Ich glaube, dass angemessene Kleidung Respekt und Rücksichtnahme zeigt. Hallo John! Absolut! Es ist wichtig, sich dem Anlass entsprechend zu kleiden und zu zeigen, dass wir die Veranstaltung und die Menschen, die wir treffen, schätzen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wenn es um formelle Veranstaltungen geht, ist das Tragen eines Anzugs normalerweise eine sichere Wahl. Es strahlt ein Gefühl von Professionalität aus. Das ist wahr! Ein gut sitzender Anzug kann eine Person poliert und gut ausgestattet aussehen lassen. Aber was ist mit der Farbe des Anzugs? Spielt es eine Rolle? Die Farbe des Anzugs ist wichtig. Traditionelle Farben wie Schwarz, Marineblau und Anthrazit gelten als formeller und vielseitiger. Ich verstehe. Für formelle Anlässe ist es also am besten, bei diesen klassischen Farben zu bleiben. Aber was ist mit weniger formellen Veranstaltungen oder geschäftlichen Anlässen? Bei weniger formellen Veranstaltungen oder geschäftlichen Anlässen haben Sie mehr Flexibilität bei der Auswahl der Anzugfarben. Sie können mit Farbtönen wie Hellgrau, Braun oder sogar Mustern wie Nadelstreifen experimentieren. Das ist gut zu wissen. Es ermöglicht einen etwas persönlicheren Stil und Ausdruck und behält gleichzeitig ein professionelles Erscheinungsbild bei. Exakt! Der Schlüssel liegt darin, ein Gleichgewicht zwischen professionellem Aussehen und der Präsentation Ihres persönlichen Stils zu finden. Apropos persönlicher Stil, gibt es Regeln oder Richtlinien für Frauenkleidung in formellen oder geschäftlichen Umgebungen? Frauen haben mehr Möglichkeiten, wenn es um formelle oder geschäftliche Kleidung geht. Ein maßgeschneidertes Kleid, ein Hosenanzug oder ein Rock mit Bluse können eine geeignete Wahl sein. Es ist toll, diese Optionen zu haben. Es ermöglicht Frauen, ihrer Individualität Ausdruck zu verleihen und gleichzeitig die allgemeine Kleiderordnung einzuhalten. Absolut! Und unabhängig von der Kleidung ist es wichtig sicherzustellen, dass unsere Kleidung sauber, gut gepresst und in gutem Zustand ist. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Liebe zum Detail in unserem Erscheinungsbild kann bei anderen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ist wahr! Unsere Kleidungsauswahl spiegelt nicht nur unseren persönlichen Stil wider, sondern zeigt auch, dass wir den Anlass und die Menschen, mit denen wir interagieren, schätzen. Es geht darum, in unserer Kleidung respektvoll und rücksichtsvoll zu sein. Es gibt den Ton an, wie wir wahrgenommen werden wollen. Du hast absolut recht! Angemessene Kleidung ist eine Form der nonverbalen Kommunikation, die einen positiven Eindruck hinterlassen kann. Denken wir daran, uns dem Anlass entsprechend zu kleiden, Respekt zu zeigen und unseren persönlichen Stil professionell und angemessen durchscheinen zu lassen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum, sich selbstbewusst zu kleiden und durch unsere Kleidung ein Zeichen zu setzen. Lektion 20 Vertragsabschluss Hallo Anna! Ich habe den Vertrag überprüft und es gibt ein paar Änderungen, die wir vornehmen müssen. Stellen wir sicher, dass alles in Ordnung ist, bevor wir es fertigstellen. Hallo John! Sicher! Ich freue mich, dass du den Vertrag durchgegangen bist. Lassen Sie uns diese Änderungen vornehmen und sicherstellen, dass alle erforderlichen Anforderungen erfüllt werden. Zunächst müssen wir die Zahlungsbedingungen aktualisieren. Anstelle eines Pauschalbetrags sollten wir einen zweimonatlichen Ratenzahlungsplan in Betracht ziehen. Das klingt vernünftig. Es bietet mehr Flexibilität für beide Parteien. Ich werde die notwendigen Anpassungen vornehmen, um den neuen Zahlungsbedingungen Rechnung zu tragen. Großartig! Lassen Sie uns zweitens eine Klausel über geistige Eigentumsrechte aufnehmen. Wir müssen sicherstellen, dass alle produzierten Arbeiten Eigentum unseres Unternehmens bleiben. Absolut! Der Schutz unseres geistigen Eigentums ist von entscheidender Bedeutung. Ich füge eine umfassende Klausel hinzu, die Eigentums- und Nutzungsrechte abdeckt. Hervorragend! Lassen Sie uns nun die Kündigungsklausel ansprechen. Wir sollten die Kündigungsfrist angeben, die jede Partei benötigt, um den Vertrag zu kündigen. Das ist ein gutes Argument. Eine klare Kündigungsklausel sorgt für Klarheit und minimiert mögliche Streitigkeiten. Ich werde die Kündigungsfrist in den Vertrag aufnehmen. Perfekt! Schließlich müssen wir einen Anhang hinzufügen, der den Umfang der Arbeiten detailliert beschreibt. Dadurch werden alle Unklarheiten beseitigt und sichergestellt, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Ich stimme vollkommen zu. Ein detaillierter Anhang dient als Referenz und hilft uns, den Fortschritt des Projekts zu verfolgen. Ich werde den Anhang entsprechend vorbereiten. Ich danke dir. Sobald diese Änderungen vorgenommen sind, können wir den Vertrag abschließen. Es ist wichtig, dass wir beide mit den Bedingungen zufrieden sind. Absolut! Es ist wichtig, einen Vertrag zu haben, der die Interessen beider Parteien schützt. Ich werde die Änderungen umgehend vornehmen und die aktualisierte Version mit Ihnen teilen. Das klingt großartig. Ich schätze Ihre Liebe zum Detail und Ihre Zusammenarbeit während dieses Prozesses. Lassen Sie uns sicherstellen, dass wir einen soliden Vertrag abgeschlossen haben. Ich danke dir. Es war eine gemeinsame Anstrengung. Ich bin zuversichtlich, dass der überarbeitete Vertrag unseren Anforderungen und Erwartungen entsprechen wird. Ich freue mich, das zu hören. Lassen Sie uns mit diesen Änderungen fortfahren und den Vertrag abschließen. Ich freue mich darauf, gemeinsam an diesem Projekt zu arbeiten.